so ihr lieben da bin ich wieder ich grüße euch an dieser stelle natürlich auch ein herzliches hallo an die lieben youtube zuschauer so hier ist gerade hier wieder kein wasser wenig essen strom also lange weg von der base kann man ja wirklich nicht sein und schon immer relativ zügig wieder alles nachfüllen so und ich will hoffen dass diese folge etwas weniger fels enthalten als die vorherige was ein chaos das war meine güte das war aber nicht geplant so dann wasser das auch wieder strom so deckel zu läuft manchmal bin ich manchmal denke ich sogar dran wir hoffen auf das gegenteil es muss nicht noch chaotischer werden als gerade eine fresse einfach mal den kompletten werkzeuggürtel zerlegt da kommt jemand auch nicht drauf klar das war echt nicht so cool so ich brauche die datendiskette weil wir wollten nämlich das moped da hinten automatisch programmieren wollten wir das teil so das muss man bestimmt wieder runter nehmen nee stop das war das war falsch muss da rein so temperatur von im gassensort oder sogar ein grad habe ich jetzt nicht mehr erwartet so das wird natürlich jetzt gerade die außentemperatur auch gleichzeitig sein weil weil die scheiben nicht davor sind jetzt brauche ich noch eine scheibe ja ich habe mir da gerade mal ein bisschen gedanken zu gemacht man könnte natürlich auch kühlen und was weiß ich nicht alles aber ich glaube die lösung mit denen da einfach ein vakuum reinziehen wäre glaube ich das sinnvollste falls das wirklich zu warm werden sollte aber wir dürfen gespannt sein so strom ist aktuell eher so semi geil das heißt es wäre eigentlich gar nicht so doof wenn wir das ganze hier noch ein bisschen erweitern die wollte ich sowieso auch noch mal umbauen beziehungsweise hier quasi parallel anlegen einfach aus dem grund weil ich da vielleicht hier so in diesem bereich irgendwas mit den gasen machen will wir müssen ja irgendwie noch unsere abfallgase und so loswerden ordentlich sortieren und ja irgendwie sowas in der art hätte ich mir gedacht könnte man besser dann da machen so aber wenn wir da jetzt weiter bauen blockieren uns da jede menge baufläche direkt an der base so wir können auch einfach mal die sachen hier ausstellen das muss ja alles gar nicht laufen das hilft bestimmt auch wobei ich auf dauer keine lust habe hier mal alles an und auszustellen also das wäre schon ganz nett wenn das trotzdem laufen könnte wenn wir das jetzt so machen wollen müssten wir natürlich jede menge material jetzt hier anschaffen 20,3 grad was sagt das tablet 19,7 also wir haben auf jeden fall schon mal jetzt schon temperaturunterschied von 0,7 grad bin gespannt wie inwieweit sich das entwickelt ähm ich bin gespannt ob ich dazu auch was finde solar solar sonnen kollektor solar modul ich glaube das ist es so gibt es da irgendeine flammpunkt 100 grad ich vermute mal flammpunkt ist dann der punkt an dem es schaden nimmt ist das so da dürft ihr jetzt gerne auch mal raushauen was das bedeutet selbstentzündung ist mir klar aber flammpunkt würde ich jetzt mal so schätzen dass es quasi der punkt ist an dem es dann schaden nimmt so dann kann das hier weg jup okay sehr gut haben wir das auch geklärt wie weit bist du also ein konstantan wo kam das konstantan her vor allem in der menge ach wahrscheinlich durch die werkzeuggürtel so ähm okay was ist der plan ich würde sagen gerade hat prio auf jeden fall strom bedeutet wir brauchen auf jeden fall jede menge eisenframes wir brauchen eisenplatten wir brauchen fenster also auch glas schauen wir mal was wir so da haben das kann weg das sind die wände die brauche ich das sind eisenbleche die brauche ich das sind eisenbleche die ich brauche da ist ein filter hinüber das kann da hin machen wir mal ein paar filter gerade auf lager also prozentzahl und so und stickstoff er hat natürlich auch einen nachteil mit dem gas gemisch ne kann man nicht anders sagen also dadurch müssen wir halt viel öfter auf die filter achten und auch dann dementsprechend tauschen das ist schon wohl nachteil finde ich weiß nicht wie ihr das seht so das kann hier bleiben so was brauche ich noch also ich habe eisenwände eisenrahmen und plastikplatten brauche ich nicht das sind stahlbleche hat es denn überhaupt vorteile naja ich brauche jetzt ich kann das gas was ich da drin verwende halt auch gleichzeitig für für die atmo verwenden da ich aktuell noch keinen reinen sauerstoff habe beziehungsweise das würde ich dann halt auch mit angehen wenn wir dann hier eine filterungsanlage bauen dann würde ich glaube ich tatsächlich wieder auf reinen sauerstoff wechseln ähm so naja gut und stickstoff ist halt ein abfallprodukt womit wir das ganz gut stricken können ne dann sind wir bei 5,9 ich denke das reicht erstmal schweißgerät ich finde das süß wie er die pfeiler unter den wichtigen frames setzt ja damit wird das nichts mit dem schweißen ja gut ich weiß dass es nicht sein muss aber ich finde trotzdem dass es halt irgendwie auch authentisch aussehen könnte schon aber du verbrauchst doch durch n nicht weniger O2 oder doch ich würde sagen dass es nicht also ich würde jetzt nicht sagen dass sich die flasche deswegen äh schneller leert das würde ja implementieren dass du dann quasi die luft schneller verbrauchst aber ich glaube durchs gemisch weil du ja sowieso ja ist jetzt die frage wie man es definiert ne normalerweise würdest du ja gar nicht großartig anfangen die reinen sauerstoff da rein zu dübeln ich würde vermuten dass du das trotzdem atmest in anführungsstrichen und die gleiche menge auch verbrauchst würde ich jetzt mal schätzen ob das so ist weiß ich nicht das stimmt noch Eisenbleche oder? oh ja auf jeden Fall aber für die Fenster auch noch welche 2 3 6 9 12 15 17 20 Stück wir haben damit auch angefangen hat also mit Fundament überall bis zum T da machte das keinen Sinn mehr ich könnte das vielleicht noch reduzieren indem ich halt nicht überall welche drunter sitze ja ich finde es halt doof wenn es so total bekloppt aussieht nur weil man es machen kann weiß ich nicht das fand ich bei Satisfactory schon immer komisch dass du da einfach komplett seltsam in der Luft gebaut hast und das einfach statisch der absolute Albtraum war ähm so Eisenbleche weiß ich nicht wie macht ihr das denn? haut es mal aus mal interessieren baut ihr das so dass es auch irgendwie sinnvoll aussieht oder nicht? ich glaube das Ding zieht auch gerade massiv Strom hier wieviel nimmt das? Zentrifuge das ist bestimmt nicht so wenig 100 Watt so ein Elektro Elektronikdrucker auch 100 Watt ok also gar nicht so viel außer dass es halt durchgeläuft derartig ist ja was für Ketzer hallo Chris ich grüße dich was zur Hölle ja ich mag auch keine schwebenden Frames oder Kabel gut wir wollten halt die Solaranlagen so hoch wie möglich um die Sonne so früh wie möglich zu kriegen wir haben auf die niedrigere Mars Gravitation geschoben aha 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 ich habe auch schon überlegt ne der Berg ist da halt auch nicht so geil ich glaube den Berg muss man halt einfach mal irgendwann muss der weichen die reichen nie im Leben Red Star das da können wir abbauen dann machen wir bestimmt wieder hier den hier den Brechständer übrigens der Winkelschleifer hat auch keinen keinen An- und Aus-Knopf jetzt brauche ich aber den Winkelschleifer warum nicht auf dem Berg bauen nee nee Berg sprengen auch nicht auf dem Berg bauen ja weil ich zu dem Zeitpunkt als ich das hier angefangen habe noch keine 5000 Kabel hatte das ist bestimmt irgendwann mal eine Option so ich brauche noch mehr Eisenfenster nee Eisenwände heißen sie mach mal was ich noch brauche ist auch die Solaranlagen jetzt bin ich wieder am überlegen welche Kits ich da brauche Solar Dual hatte ich glaube ich Kits Solar Panel ok Kits Solar danke für nichts ah falsches Moped hallo Kits Solar Panel ist jetzt auch ein schwer Fünf Stück brauche ich davon wie viel sind wir hier wir haben kein Eisen mehr ich denke die reichen jetzt auch also bevor du den Berg sprengen kannst kannst du sicher 2000 Kabel bauen wobei Sprengen lustiger für uns werden würde jetzt fehlt es an Gold ok Gold habe ich noch Gold, Gold, Gold hier Fünf Stück brauche ich noch schwere Kabel leichte Kabel haben wir noch Glas Drei Drei brauchen wir mehr weiß nicht ich brauche Silizium da drin ne hab ich nicht jetzt ist der Kupfer oh das außen geht schon wo weg ne also fressen tun die Sachen alles schon ganz ordentlich ja Sprengen wäre sicherlich interessant vermute ich sprengt Conny die gesamte Basis wundert sich deshalb am Berg nichts passiert hallo so fähig bin ich nicht das tut man nicht so also der größte Fail war heute mit dem mit dem mit dem Werkzeug aber ich habe noch nichts in die Luft gesprengt noch nicht ich weiß aber ich finde nicht dass man jetzt davon ausgehen kann dass ich jetzt das in die Luft springe also die Base kann aber noch kommen ich habe nicht gesagt dass es nicht kommt ich finde nur nicht dass man da jetzt pauschal von ausgehen sollte so da können wir doch jetzt am nächsten reinballern oder ja fertig da wird es jetzt immer offline fahren grübel wirklich ich glaube nicht dass ich das noch großartig während des Streams mache es sei denn es gibt da halt einen technologischen Fortschritt der das nicht äh der das der das dann erübrigt ist es richtig rumgemacht boomer ich weiß es noch nicht aktuell ja wenn sich da dran was ändert lasse ich euch das dann natürlich wissen aber ich habe keine Lust hier Farm zu gehen und dann jedes Mal den Stream nur mit Farmen verbringen zu müssen das hat mich letztes Mal tierisch genervt du musst jetzt auch einfach mal bedenken dass du damals mit Orphi zusammengespielt hast und ihr euch das natürlich super aufteilen konntet und ihr vor allen Dingen sonntags irgendwie keine Ahnung acht Stunden oder so gespielt habt das kannst du halt null miteinander vergleichen noch mehr schwere Kabel gucken wir mal wie es mit den leichten aussieht was gleichzeitig natürlich auch bedeutet dass ich nicht weiß inwieweit wir Stationeers zocken werden und wie lange also das kann ich absolut nicht sagen ja aber normale Kabel haben wir glaube ich auch noch so ein paar Stacks da gehabt ja die muss ich gleich nochmal ausrichten ja wirklich könnte ich das besser jetzt schon mal machen und Glasplatten drauf packen weil dann bekommen wir ja schon mal ein bisschen Strom so auf wie viel hatte ich die jetzt ausgerichtet auf 261 da siehstand niedrig sieh sieh so letzte dann eben die Dinger ist da dran geknallt dann brauchen wir noch dringend oben fehlen noch die Fenster Eisenwand glaube ich habe kein Silizium mehr zumindest nicht in dem Standarddrucker ich glaube hier war was drin ja ich weiß gar nicht wofür ich es da bräuchte so wieder rein bevor Stumi kommt und ärgert da war was mit dem Hebel steht was da los ihr seid zu langsam mit der Hebelnachricht ihr müsst das hier ihr müsst das schon erahnen wenn ich wenn ich irgendwie in den Nier dieses Schalters kommt müsst ihr das schon sagen so Glasflatten Glasflatten der liegt Glasflatten okay interesting hebel hee so schmeißen wir den Quatsch da nieder 1 Ach, ich brauchte noch schwere Kabel. Kabel schwer. Oh, fertig hier. Die dauern doch tatsächlich recht lange. Dann gehen wir doch noch mal eben erst ein paar Glasflasen anbringen. Okay, es gibt einen Knopf, wo wir wegwerfen, auf den ich gerade gekommen bin. Ah, Kuh ist wegwerfen. Gut zu wissen. Ach, da müssen erst die Eisendinger rein. Die Fenster sind auch ganz schön teuer. Das Eisen fürs Herstellen, dann noch mal Eisenplatten und dann noch mal Glas. Ja, in der Hoffnung, dass wir dann auf jeden Fall wieder einiges an Stromüberschuss haben. Trotz unserer ganzen Geräte, die wir aktuell nutzen. Und ähm... Okay, das reicht wohl. Das Baum mit Eisen ist generell teurer als das Baum mit Stahl. Was sind die Finger denn? Doch, es gab... Die hieß noch Wende, oder nicht? Wende? Nee. Eisen... Band. Band. Wand, 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 Wand. Hier geht die Wand. So, hier geht die Wand. Eisenfenster... Verstärktes Fenster werden. Das ist ein Eisenfenster. Dann wird das doch wahrscheinlich das verstärkte Fenster dünn sein. Verstärktes Fenster-Kit? Ne, das ist ein Eisenfenster. Ne, das ist ein Eisenfenster. Ne, das ist das Witsch, der liegt Glas. Komposidfenster. Kittwand. Und das ist wahrscheinlich das, was ich brauche. Einmal Stahl. So. Und wenn ich jetzt das Ding bauen würde, das kostet halt einmal Stahl. Kit Wand. Wenn ich jetzt einfach nur Eisenbände habe. Das kostet mich jetzt einmal Eisen. Inwiefern ist es jetzt günstiger? Mein gut, jetzt auf die Menge auf Eisen gesehen. Ja, gut. Aber ich muss ja auch die Menge an Kohle dann zum Ausgleich haben. Geht gerade schon wieder alles im Bach runter. Müssen wir hinter das Jetpack auffüllen. Ein Stahl, also dreiviertel. Ja, das ist mir schon klar. Dass wir uns 25% Eisen sparen, indem wir da Kohle reinbaden. Nichtsdestotrotz ist es doch, ist es doch Wurst. Im Sinne von, das Material muss ich ja so oder so suchen. Ob ich jetzt Eisen hole oder ob ich jetzt Kohle suche. Oder es ist halt irgendwie, ich verstehe den Hintergrund noch nicht so ganz, was da jetzt gerade mehr bringt. Warum mache ich das eigentlich immer noch in so einem Popel-Ding? Ich könnte doch viel mehr Druck da drauf ballern, indem ich so eine Smart-Teil nehme. Das stimmt. Ich würde auch nur für den sieht besser aus Faktor gehen. Ja, gut. Da ich die noch nicht gebaut habe, kann ich nicht sagen, ob das so ist. 4 mal Eisen gleich 1 Frame, 2 mal Stahl gleich 1 Stahl Frame. Hä? Die Rechnung verstehe ich jetzt nicht. So, das sollte ich vielleicht auch mal zu Ende machen. Also die Frames habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Das kann schon sein, dass das passt. Weiß ich nicht. Das piepten hier schon wieder so... Ach, Wasser. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich ein neues Spiel anfangen würde, ich würde glaube ich auf leichter spielen. Nicht, weil ich es unbedingt leichter haben wollte, sondern nur, weil mir dieses... Ich muss alle 5 Minuten da rein und Wasser trinken... Äh... Ich das dadurch abstellen könnte, zumindest minimieren könnte. Du kannst das auch im Save Game easy ändern. Ah, kann ich das? Achso, ja, da müsste ich es editieren. Ja, gut. So, ist das Ding jetzt komplett dicht oder nicht? Das kann ich hier relativ easy testen, indem ich einfach drüberlaufe. Uh, das war knapp. Das ist auch alles. Passt. Achso, ja, was wir vielleicht da noch machen müssten, wäre... Hier natürlich auch mal... ...das Ding daraus nehmen. Oder das Ding. Das Ding. Ich muss das Ding eigentlich auch abnehmen, weil... ...wenn das zu heiß werden sollte, mache ich da einfach ein Vakuum rein. Minus 45 Grad. Jetzt sind da noch irgendwo offen. Wie ist die aktuelle Außentemperatur? Und sogar niedriger. Na, aber anscheinend bleibt die Temperatur da drin trotzdem recht konstant. Ich bin gespannt, wenn jetzt die Sonne drauf scheint. Was ist denn so, Narb-Händel vergesst mit Pore zu verbinden? Also Automatisierung läuft. Ach, hier das dazwischen. Dankeschön. Dann hoffen wir mal, dass jetzt strommäßig das besser wird. Verbrauchen die Dinger eigentlich so... ...genauso viel, als wenn sie laufen würden? Oder haben die so eine Art Stand-by? So... ...mhm... ...das Ding nach da. Glas nach da. Hebel war da. Das kann man da packen. Kabel bleiben hier. So. Meldung, warum nervst du? Kein Wasser mehr. Gut. Eins sind Bels, weil weniger Verbrauch. So mietzig aber. Ja. Das... ...ist möglich. Ich denke mal, hier ist irgendwo ein Loch drin, weil das hier so durchpustet. Aber hier ist... ...das ist also ich da schon, da liegt ein Block... ...äh, ein Dingens. Hallo? Ja, komm hier. ...das hat gut getrieben. Ist es fällig? Ja. So. Er hat genug getrunken. So. Erntepilze. So. Drei. Haben wir da schon einen Samen? Pilze, Pilze. Okay. So. Rum eben tauschen. Gut. So. Was wollte ich heute gerne noch gemacht haben? Ähm. Eigentlich wollte ich... ... ...Kritisch. Eigentlich wollte ich hier gerne... ...Tatsächlich Licht anmachen. Da weiß ich nur noch nicht so genau, wie wir es jetzt machen. Also ich will natürlich da oben Wände drüber ziehen. Wasser auffüllen. Ja. Ist jetzt zu spät. Alles egal. Ich laufe ja sowieso immer da rein. Und mit meiner kaputten Lunge möchte ich es auch aktuell nicht riskieren, außerhalb... ...meinen Helm aufzumachen. Ähm. Ne. Ich würde hier auch tatsächlich oben jetzt drüber was hinbauen. Aber ich glaube, ich mache da auch wieder Fenster. Oder mache ich es nicht mit Fenstern? Oder vielleicht nur den Gang? Ja. Wobei hier die Frage ist, wo definiert man hier den Gang, ne? Oder vielleicht nur außen? Außen Fenster und innen die beiden vielleicht richtige Vorschläge aus dem Chat. Eisenwend. Den nehmen wir und den nehmen wir. So. Das sind die Fenster. Eisenwend. Ja, gut. Jetzt habe ich sie eh da. Dann würde ich jetzt auch nicht auf Stahl gehen. Jetzt habe ich sie eh produziert. Hm. Ich habe da ein Fenster gebaut, ne? Hm. Ich fau uns sonst an. Entweder sieht es kacke aus oder halt nicht. Okay. Eventuell zwei hoch und Fenster nur im Dach als Muster. Ja, ich weiß es nicht mit den zwei hoch. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Deswegen wollte ich jetzt erstmal hier eigentlich nur die Eisendingens hinsetzen. Und vielleicht einfach mal jetzt nur, ohne da jetzt ein Dach drauf zu machen. Erstmal gucken, wie sich das Ganze so, wie fühlt es sich an? Und wie sieht es aus, wenn ich da jetzt Licht mache? Wir können ja versuchsweise auch hinten einfach auf zwei hoch gehen. Einfach um auch da das Licht zu testen mit zwei hoch. So, Eisenwand, nein. Wenn dann kommen da Fenster hin. Aber das muss ja jetzt noch nicht passieren. Eisenwand. Und Dann ist die Frage, was nehme ich denn für Lampen? Lampe? Schreibtischlampe. Nee. Leuchte. Licht. Blinklicht. Das ist bestimmt das Richtige. Tragbares Licht? Nein. Kittlichter. Ich würde schätzen, dass es das ist. Eisen und Kupfer. Gut, bauen wir dann mal. Vielleicht kann man das auch größer bauen, wenn man mehrere davon hat. Dann zeig mal, wie siehst du aus. Und welche Möglichkeiten haben wir. Ha. Da. Große, lange Landleuchten. Die verbrauchen wahrscheinlich zwei. Ach, die kann man wenigstens mittig setzen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Nee. Die verbrauchen sogar nur einen. Okay. Das finde ich gut. Okay. Dann. Tütteln wir da mal Strom dran. Gibt es einen einfachen Schalter? Also ich will jetzt Ihnen noch nichts mehr mit Sensoren. Ich will einfach nur einen An- und Ausschalter haben. Gibt es das? Und wie heißt das Dingern? Switch. Okay, ich schau mal. Switch, Logik brauchst du trotzdem. Braucht aber auch Logik. Den einfachen An- und Ausschalter gibt es nicht. Switch, Writer, All Lamps. Ja, okay. Ja. Ja, wie heißt das Ding denn wohl jetzt? Schalter. Das Logik-Schalter. Das hast du... Hat den Strom unterbricht. Ja, stimmt. Das, was ich... Ja, das hatte ich auch überlegt. Aber ich finde es halt auch... Okay, brauchen wir den mal. Und einen Badrider. Ja, macht Sinn. Dann alle Lampen aus und anschalten. Ich... Da. Der Logik-Wieder braucht er tatsächlich noch an der Logik. Der Switch braucht tatsächlich auch noch einen Logik-Reader. Okay. Hätte ich gedacht, dass der das vielleicht einfach kann. Na gut. Dann kriegen wir da auch noch einen Reader mit rein. So. Erstmal verkorbeln. Ja. Das wird jetzt schon wieder spannend, ne? Ich hasse es. Äh. Ich verkabel das da oben gleich irgendwo. Ach, das ist doch... Ach, das ist doch... Von oben? Ich bin doch von oben. Im Endeffekt... Wo ist das jetzt von oben oder von oben? Aber hier... Also, es ist ja auch oben drüber. Ich habe da keinen gestrittenen Umkreis. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da noch hochkomme. Das ist ja von außen richtig hier. Naja, wenn es oben steht, siehst du mehr. So meinte ich das. Ah, ja. Das stimmt. Auch von der Seite? Ja. Bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Die sind jetzt aber nicht an, oder? Okay, Strom ist aber da. Vergessen. Achso, man muss es... Ah, okay. Gut. Dann testen wir es gleich mal nachts. Dann brauche ich ja so... Ja, einen Schalter. Ich hätte jetzt gedacht, die würden jetzt dauerhaft brennen und ich hätte keine Möglichkeit, die auszustellen. Dann brauche ich ja erstmal noch keinen Schalter. Das ist ja ein starkes Stück Kabel hier. Gut. Und dann entscheiden wir gleich mal, wie wir es machen. Also so vom Feeling her... würde ich jetzt gerade tatsächlich eher so auf zwei tendieren. Was sagt ihr? Hier hat man ja irgendwie das Gefühl, dann fällt die Decke auf den Kopf, oder? Vor allen Dingen, wenn es dann zu ist. Das ist ja jetzt noch nicht mal zu. Hast du schon alle Lampen durchgescrollt? Ich glaube. Habe auch mal zwei gemacht. Das fällt halt, das liegt besser. Schränke stapelt man leichter und so weiter. Schränke stapelt man. Ich muss sowieso nochmal übergucken, ob man irgendwie sinnvollere Schränke findet. Ich finde diese Türen hier vorne, finde ich so bescheuert. Was meinst du mit allen Lampen durchgescrollt? Roger. Fangen wir mal mit denen an. Achso, äh... Ich glaube... Ich habe hier noch eine. Also, Wandleuchte lang, Wandleuchte gewinkelt. Achso, das ist ein bisschen so... Ja, okay. Das interessiert mich jetzt nicht so. Wandleuchte lang und breit. Okay, macht die nochmal mehr Licht? Wahrscheinlich, ne? Lang und breit. Können wir einfach mal eben mit aufhängen. Na, ach. Aber finde ich jetzt schon mal ganz geil, dass es einfach schon mal Licht gibt, ohne das von dem Helm... Ja. Da steht ein Rohrer dafür. Hallo. Sag mir noch, welches Ding ich dafür brauche. Das ist ein Scherz, oder? Was will es? Den Winkelschleifer? Wie kriege ich das wieder ab? Ah, dankeschön. Wow. Wow. So, Wandleuchte lang und breit. Diese Seite, ne? Ja. Ja. Ja, okay. Das Ding macht ja irgendwie schon ein bisschen mehr Licht gefühlt. Überlegt. Also, es macht auf jeden Fall Sinn. Das finde ich ganz cool. Äh, die Schatten fallen ja anders, dadurch, dass man mehrere hat. Okay, dann wird es auf jeden Fall schon mal lang und breit. Aber... Ja, man wirft natürlich auch Schatten. Nicht zu wenig, gerade mit so Schränken. Also, werden wir wahrscheinlich auch irgendwie, würde ich sagen, hier diese Linie und die Linie da hinten dann bauen. Also, nicht nur mittig. Sonst haben wir zu krasse Schattenwürfe, glaube ich. Okay, jetzt bin ich gespannt mit denen da oben. Ich sehe die gar nicht. Wie dunkel es einfach ist ohne Licht. Okay, und davon dann halt zwei. Zwei rein. Ist, glaube ich, geiler. Aber finde ich auch besser so. Was meint ihr? Also, ich finde es mit zwei hoch. Zwei hoch und dann halt auf zwei Lampen zu gehen, schon besser. Für so hat es Kerstin wieder zur Stelle. Naja, ich finde, also ich finde es zwei hoch besser, muss ich sagen. Zwei hoch, zwei rein. Okay. Gut. Dann machen wir mal Licht am Helm an. Dann können wir das hier wieder abbauen. Und dann gehen wir da drauf. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Also, ich würde hier außen weiterhin Fenster machen. Ich mag das eigentlich mit Fenstern. Ja, ich würde tatsächlich jetzt nicht großartig auf Stahl gehen. Also, jetzt hier irgendwie zwei Stile reinbringen, sieht, glaube ich, ein bisschen behämmert aus. Hallo? Hallo? Kann ich es nicht abbauen? Egal. Egal. Muss länger drauf drücken. Ah, finde ich echt cool. Also, sieht schon eine ganze Ecke besser aus hier drin. Mit so Licht dabei. Sondern das Ganze einfach mal direkt viel, 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 viel besser. So, dann brauche ich die Bohrmaschine. Der Akkuschrauber, was auch immer das sein soll. Ne, der Handbohrer. Und dann werden wir das innen wahrscheinlich auch nochmal machen, ne? Zwei hoch, mit Lampen drin. Sehe ich gerade schon wohl. Dann vielleicht auch einfach ein bisschen größer auch in... ...ein bisschen erweitern. Ich möchte auch auf jeden Fall noch andere Pflanzen haben. Einerseits, um das Verhältnis der Gase da drin aufrecht zu erhalten. Andererseits hätte ich auch gerne auf Dauer noch Essen, was irgendwie so konservenmäßig... ...wieso kriege ich das nicht mehr runter. Okay. Dann halt anders. So, beste schwebende Kabel der Welt. Da ist eigentlich jetzt gerade drin irgendwie Strom gekappt. Solche Kabel wegzubekommen, kann man ein Kabel hochkant reinbauen. Dann geht es wieder weg. Also etwas buggy. Okay. Es könnte sein, dass ich da drin eventuell ein bisschen den Strom gekappt habe. Ich bin nicht sicher. Da scheint aber eigentlich alles zu laufen. So. Das ist noch Strom hoch. Glaub ich. Wir sind gleich, wenn wir reingehen. So. B deutet. Eisenbänder. Rundherum. Fenster. Jetzt haben wir wieder die tolle Question Wie rum ist horizontal? Das sieht man da oben bestimmt gar nicht, oder? Ich glaube nicht Ich glaube, das sehen wir da oben nicht Ich glaube, das können wir einfach ignorieren Ich bin sicher, dass wir das ignorieren können Unten würde ich es immer sehen Aber oben Der Lufttank ist niedrig Oh je Gut, dann nennen wir jetzt gleich erstmal unsere Smart Flasche Das Problem ist Da ist, glaube ich, noch ein Gemisch drin Atmosphäre Wie kriege ich die denn jetzt leer? Wirklich nicht leer Ist ein bisschen doof Ne, ich kann die auch einfach Ne, ich kann die auch einfach für den Abfallkanister Ne, für den Jetpack nehmen Dann brauche ich mir eben eine neue Dann brauche ich mir da jetzt keine Gedanken drum machen Bauen wir uns eine neue Ach, da ist sie ja schon Ja Da Genug Silizium da, oder? Das reicht so gerade Ich krabbe ins Bettchen Wünsche euch noch viel Spaß Danke, dass du da warst Schrumpchen Ich wünsche dir eine gute Nacht Tschüss Das geht aber schnell Ich glaube lieber dabei stehen Jetzt habe ich gleich 20 So Da wieder reingetüdelt Aha Na danke Bernie Das War wieder ein Tacken zu spät Das sind Sachen, die werden wahrscheinlich für immer und ewig passieren Für immer und ewig So Was habe ich gerade Ach ja, Luft Luft Und dann waren wir gerade an den Fenstern Was war an den Fenstern noch? Nix So Ein Muster Würde ich sagen Nein Ich würde das glaube ich in der Mitte tatsächlich einfach richtige Eisendinger machen Weil es auch einfach glaube ich besser mit den Lichtern aussieht Macht es einen Unterschied? Nein Batteriestand niedrig Lieber Außenfenster Oder lieber in die zwei Reihenfenster Also Komplettfenster Sieht glaube ich komisch aus Batterie Ist nur halb so wild So Ich brauche Luft Ich habe es rechtzeitig geschrieben Aber Delay und so Du musst es einfach erahnen Schon vorher Bevor ich an das Ding laufe Müsste ich schon Hebel schreiben So dass die Kabel versteckt sind Na dann kann ich es nur so machen Ne eigentlich nicht Eigentlich ist es auch das egal Ich muss halt nur die Richtung richtig drehen Aber jetzt hier mal Pilsamen Pflanze Pilsamen Oh Ach die sind schon durchgewachsen Deswegen Da haben Pilze Pilze 1 2 So Dann Hätte ich jetzt auch ein Bläh machen können So Hätte ich jetzt auch ein Blähmchen Und jetzt brauche ich Sauerstoff Dann Abfalltank Warnung Schon wieder voll Halt stopp Wie viel darf ich denn da jetzt überhaupt reinmachen Kanister 20.000 Da fehlt die Einheit Die Narben Das Licht ist ja voll live Da dran Auf einmal so Wupp Ich glaube wir haben nicht mehr besonders viel Druck da drauf Zeit zum rausnehmen Zeit zum rausnehmen So Wie haben wir denn da jetzt noch auf der Leitung drauf Könnten mehr sein Tatsächlich nicht mehr so viel Wir haben hier halt die ganze Zeit Es wäre schon sinnig hier drin auf jeden Fall Die Mischung zu haben Damit es halt nicht so schnell in Luft fliegen kann Ja mittlerweile auch ordentlich Dass ich hier noch atmen kann 21% CO2 hier drin Das müssen wir mal Nächstes Mal wahrscheinlich auch neu Angriff nehmen So Aber Wir sind heute für Das da draußen Kann gar nicht sein Ja Ich bin für einen Glaskasten Also überall Glas Oh nee Wir probieren das mal aus Mit 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 Was will ich denn lieber Überlegen Ich glaube in der Mitte Glas ist cooler So Eisenfenster Wand Echt was ich vorhin hergestellt habe So Wir suchen Eisen Wand Kein Eisen mehr Ach da ist noch was drin Aber das wird auch nicht mehr so lange reichen Wenn es da aber mit Rollladen davor Gibt es das? Gibt es Rollladen? Das ist eine ernst gemeinte Frage, ne? Hebel Für die Temperaturregulierung passend Temperatur ist mir eigentlich ziemlich egal hier drin Die Türen würde ich halt So Ich mache es nicht unbedingt dicht hier drin Also noch nicht Keine Ahnung ob es irgendwann so passieren wird Werden wir sehen Gute und schlechte Nachricht Habe es hinbekommen Ein Unity Partikel System Für Nebel zu bauen Schlechte Bekomme es nicht in Uni Sichtbar Ja Das ist eine schlechte Nachricht für dich Weil du musst ja den Nebel irgendwie reinbringen Ist ja jetzt nicht so Als wenn dich irgendwer dazu zwingt Aber Du hast es quasi schon angekündigt Und hallo Sarge Niemala Sie grüß dich So Wie viele Eisenplatten Das sind auch nicht so viele Ach das waren Stahlbleche Rahmen Plastik Schwierig 16 Ich glaube das reicht So Nein Wand Wand So Eisenbänder haben wir Jetzt muss ich das wieder abbauen Ich bin eigentlich dabei Ich glaube das Licht lasse ich tatsächlich mal einfach an Erstmal So Dann Kommen da jetzt Eisen Fenster Also ich verlasse mich da eigentlich drauf Dass du Nebel reinbringst Sarge Niemala Du hast das Moped ja auch schon nicht reingekriegt Da war ich auch sehr enttäuscht drüber So Eisen Ich glaube außen rum lassen wir jetzt erstmal Machen jetzt erstmal Das Eisner dran Guck mal wie es aussieht So ein Jetpack ne Ja so wird es ja dann aussehen Ich finde das ist okay so Hat Hat was Sieht nicht so Komplett nach Glaskasten aus Und Ähm Nennt sich das nochmal Gewächshaus So dann brauche ich Kids Eins Zwei Drei Vier Fünf Wie viel Strom ziehen die Lampen überhaupt Licht Gibt Licht Lang und breit Alter Ein so ein Ding kostet 50 Watt In Summe ne Menge Strom Ja das kann man so sagen Alles Lübien Keine LEDs Was zur Hölle Kleine Die zieht auch 25 Watt Das ist das für ne Frechheit Ich glaube wir sind in den 70ern Zum Mars geflogen Was ist denn hier los ey 50 Watt So ne Lampe Nein Meine Meine Solaranlagen Nicht mal Das wären ja 100 200 300 400 500 Watt Wenn ich die alle verbaue Wer soll sich das denn leisten können 500 Watt ey Mehr Wind Plus Solar Auf jeden Fall sparen wir an den Lampen Wir werden auf jeden Fall an Lampen sparen Ich wollte eigentlich nicht sparen Aber das Spiel hat mich dazu gezwungen zu sparen Das Spiel ziehen übrigens auch 50 Watt Alter Ja gut das will ich trotzdem auberten jetzt im Moment Das finde ich schon ein bisschen frech Wie einfach alles pauschal 50 Watt Energie kostet Auf jeden Fall kostet die nicht mehr Strom Dann halten wir noch alle zwei Felder Bis wir auf Strom scheißen können Das wird noch etwas dauern Irgendwann kommt der Nuklearreaktor Irgendwann Ne komm jo Das ist verdammt viel Strom Ah die Zentrifuge läuft 24 27 Ja Die macht ja auch bestimmt noch was gleich Jetzt So Jetzt Ich habe halt noch keine Möglichkeit Zu sehen Das könnte man wahrscheinlich auch automatisieren Ob das Ding ausgeht Wenn es nichts zu tun hat Warum muss man denn hier alles an den Maschinen automatisieren Können die nicht einfach ein paar Logiken direkt reinbauen Das ist doch furchterlich So Ich möchte mal kurz sagen Meine Zentrifuge die ich da auf der Arbeit hatte Das war auch ein richtiges Popelteil Aber Der konnte man einfach sagen So Hey du läufst so und so lange Und dann gehst du aus Einfach so Ganz Ganz andere haben Slots für sowas Ja Also ich Gehe ja schon wovon aus Ob man was kann Ich bin nur fasziniert davon Wie dumm die 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 Maschinen an sich Erstmal sind Also Sind ja wirklich dumm Die können ja im Großen und Ganzen Halt wirklich Nur diese eine Aufgabe Und das war es Erstmal Bis man anfängt Was dran zu machen Dahin sind sie aber Tatsächlich sehr dumm Und dann Einmal rüber Ja Ihr könnt da ja auch gerne mal Jetzt so ein bisschen Feedback zu lassen Wie ihr das jetzt gesehen habt Dass ich einfach schon Metalle organisiert habe Also ich fand es nach wie vor Eine gute Idee Wenn ich überlege Dass wir die Zeit Heute wieder Nicht gehabt hätten Sondern alles organisiert Hätten müssen Das glaube ich schon Ein bisschen angekekst So Aber Dann werden wir das jetzt auch Komplett mal eben Dann automatisieren Die Frage ist Wo hängen wir den Schalter hin Wenn ich den da an die Wand machen Eher so Was ist das denn bitte Wichtige Taste Ist jetzt ein Spaß Oder Also es gibt hoffentlich Eine andere Variante Ansonsten finde ich das Ziemlich behämmert Okay Es gibt noch andere Tasten Das hört so aus Ist das der Selbstzerstörungsknopf Ja Das ist der für die Für Sprengung in der Base Ja Ich kann da nichts dran knallen Dann machen wir das hier Da sind zwei Logikdinger dran Obwohl die kann ich auch Irgendwohin dran ballern Und Platz sparen Machen wir sie hier dran Ich muss natürlich auch ein bisschen Darauf achten Was ich da hinsetze Lesegerät Dann brauchen wir einen Patch weiter Jetzt ist es wieder Tag Ansonsten Ich muss mich Mal'n Ich kann sie auch Unterkauf Ich kann sie euch Ich kann sie sich Abnuch Das ist Ich kann sie sich So, dann stellen wir die Mopeds mal entein. Wichtig in der Tat, auf jeden Fall. Ich vermeide den Spoiler seit Ewigkeiten. Du hast ihn einfach so raus. Welchen Spoiler? Ich habe ihn doch schon benutzt. Ja, eben, ich habe ihn doch schon benutzt. Diese Stromverbindung in alle Richtungen. Hallo Chaoswelt, ich grüße dich. Naja, es ist im Endeffekt doch Wurst, ob das da dran ist oder nicht. Das ist halt eine Strom- und eine Netzleitung. Einfach nur alles ineinander verbunden. Achso, du meinst den meine. Ja, okay. So. Äh... Laser. Wie ist denn das Ding? Hebel. Okay, ich hoffe, der ist wirklich so. Und ich suche da jetzt nicht ewig nach. So, in Glasstür, Glasstür, Stabler. Ist der doch anders? Ah, okay, danke schön, Bernie. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Batteriestand niedrig. Ah, war gegen die Wand geknallt. So. Wieso liegt mein Traumzieher da? Ich suche die Karte und dann liegt er da. Sehr gut. Hebel. So. Hebel, keine Ahnung, das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren. So. Ach, da fehlt noch der Strom. Hm. So, dann input ist der Logik-Leser-Lampe. So, dann input ist der Logik-Leser-Lampe. Logik-Leser-Lampe. So. Und Leuchte-Lampe breit. Log. Tada! Und Gott sprach, es werde Licht. Ah, ha, ha, ha. Wir haben Licht. Ob wir noch einen Daylight-Linder dazu baut? Genau zu wo war. Braue ich nicht. Zu welchem Preis? Also, Zelsa, ich grüße dich. Naja, der Preis ist klar. Der Preis ist klar. Das sind 200 Watt, die es kostet. Ist mir aber egal. Wenn ich Licht haben möchte, habe ich Licht. So nämlich. So, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es Nacht ist. Gucken wir uns dann an. Ja, das Tageslicht-Sensor wäre natürlich sogar sinnvoller, tatsächlich. Ich weiß ehrlich gesagt nur gerade nicht, wie ich das automatisieren müsste mit zwei Signalen. Also, ich müsste ja irgendwie... Gibt ORs. Okay, wo sind die drin? Ist bestimmt hier Mathematik oder so ein Gedöns, ne? Hat mal Logik. Weicher Prozessor. Prozessor wahrscheinlich, ne? Moment. In dem Sensor-Kit gibt es einen Anwesenheitssensor. Ja, aber da sehe ich tatsächlich eher den Daylight-Sensor. So, äh... Logik. Über den Tag brauche ich es ja wirklich nicht. Das wäre... Das wäre zu viel Strom, was es kostet. Dankeschön. Dankeschön. Such mal so. Ne. Wie ist er den Prozessor? Wie ist er den Prozessor? Logik-Prozessor. Logik-Vergleich. Logik-Auswählen. Batterien. Batterien. What? Machst du, Frank? Was ist mit Batterien? Das ist mit der Aber wenn du nicht in der Base bist, könnte eine automatisative Leuchttung dir den Weg leuchten. Das brauche ich nicht. Boah. Geht logisch als Compare bauen. Ein Memory für den Lichtwert. Eine Variante. Aber konnte man nicht aus dem Daylight-Sensor Licht an oder aus? Oder... Ne, ich meine, man konnte auch einfach Licht an oder aus da rausziehen. Gut, wenn man es jetzt über einen Lichtwert machen möchte, müsste man es natürlich vergleichen mit dem Daylight. So, aber ich brauche trotzdem den Ohr. Den Strom, den du produzierst, speichern. Ich produziere... Hä? Ich speichere doch meinen Strom. Da ist doch eine Batterie dazwischen. Frank. Das blaue Teil. Was mittlerweile ganz wieder vollgeladen ist. Sehr gut, oder? Können wir endlich Strom ausgeben. Zack. Es werde Licht. Kann ja nicht sein, dass das Ding da blau ist. Sind übrigens mittlerweile bei minus 36,5 Grad. Ich bin verwirrt. Ich hätte erwartet, dass das irgendwie schneller warm wird. Haben wir denn irgendwo doch noch eine Scheibe drin vergessen? Also oben bin ich einmal langgelaufen. Da war alles dicht. Scheint komplett dicht zu sein. Blau ist keine Farbe, eher ein Zustand. Äh, das kommt drauf an. Logik Prozessor, Logik Gate Unit. Okay. Es ist bestimmt das, was ich gesehen hatte. Äh, wo man den Ding jetzt einstellen konnte. Vielleicht geht es so viel an die Umgebung verloren, weil komplett Gas, Glas, ist möglich. Das wäre eigentlich ja ganz cool, weil, äh, das war ja die Befürchtung, dass es da drin zu warm werden könnte. Also, aktuell sehe ich es halt nicht, weil sich es nicht so stark verändert. Jedes elektrische Gerät erzeugt Wärme, auch die Solarpaneele. Äh, ja gut. Aber, ich weiß halt nicht, wie die Übertragung der Frames nach oben hin und so ist. Also das, keine Ahnung. Werden wir sehen, wie sich es verhält. Wir sind jetzt bei minus 36,2. Merkt euch den Wert. Ey, so ist super. Ich brauche auch gar nicht mehr Licht. Also alle zwei Frames Licht zu haben, reicht vollkommen aus. So ist doch echt top. Schön, schummrig, nicht zu, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Schatten sind voll in Ordnung so. Durst kritisch. Ja, okay. Äh, cool wäre natürlich auch nochmal irgendwie Licht so in der, in der Base zu haben. Oh. Temperatur kritisch. Ah, ich mache hier gerade nur Blödsinn. Ja, schließt den Helm. Ich muss den Ersten sperren. Schließen. Ja, wir gehen schnell da rein. Das war gerade nicht so stark. Machst du den Strom von der Solaranlage in den Konverter? Ähm. Lauf zu lachen. Der Strom geht über die starken Kabel in das Batterie-Pack und vom Batterie-Pack dann in den kleinen Kreislauf hier. Ich wollte eigentlich nur Licht anmachen. Ich wollte einfach nur Licht anmachen. Das ist gerade fast eine Katastrophe geworden. So, was hast du für Leiden? Du bist die ganze Zeit hier am rumröcheln. Filter sind alle am Start. Wasser ist kein Problem. Essen ist kein Problem. Verfallkapazität ist auf 92 Prozent. Hm. 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 Das ist so vom Spiel die Info, dass du nicht mehr viele Fehler diese Art machen darfst. Okay. Ist jetzt die ganze Zeit hier so am rumröcheln? Der soll aufhören damit. Das nervt. Wie kriegst du die Samen für die Pflanzen? Äh. Die produzieren die selber. Also die, die haben erst so einen Reifepunkt und nach dem Reifepunkt steht da, dass die dann zu dem Samen gehen. Musst ne Pille nehmen. Ich hab keine mehr. Ich hab nie eine gehabt, beziehungsweise sie war mal da und dann war sie weg. Oder respawn. Hust. Boah. Ist der wirklich die ganze Zeit so am rumröcheln? Boah. Das ist ja furchtbar. Ich bin geneigt, ihn hinzurichten. Wenn er die ganze Zeit so Geräusche macht. Ah, da hast du noch Samen. Ja, aber ich produziere sie auch, Chaos Welt. Keine Angst, beim Rausgehen vergiss eh den Helm, dann ist durch. Nein. Ich würde das niemals vergessen. So. Jetzt erstmal ein bisschen was trinken. Ja, aber das ist doch jetzt Kacke. Also ich hab doch keine Lust mehr, als nächstes Stream die ganze Zeit die Geräusche hier anzuhören. Also die Pilze produzieren Samen. Zum Beispiel Karotten oder Tomaten. Nein, die Pilze produzieren Pilzsamen. Und Karotten und Tomaten machen das auch. Hier. Warte. Erntepilzsamen. Also nach der Pflanze, nachdem die zur Pflanze geworden sind, kannst du dann noch länger warten und dann kriegst du Samen. Du kannst auch Pillen selber herstellen, hast 99% dafür da. Ja, ich brauche aber für die Pillen, glaube ich, diese Pflanze, die ich noch nicht angebaut habe. Äh, äh, Pille. Pille Medizin. So. Dafür brauche ich die Chemiestation. Aber. Also Silber brauche ich, Kobalt brauche ich und Phenoxytone. So, jetzt müsste ich nur mal wissen, was Phenoxytone ist. Und das ist wahrscheinlich das, was ich nicht habe. Das war, glaube ich, das von diesen Fahnen. Oder so. Genau. Vom Fahnen brauche ich das. So, und für den Fahnen hätte ich theoretisch was da, aber ich bräuchte halt auch noch Tageslicht. Was ich dann irgendwie noch reintüdeln müsste. Was ich vielleicht bis dahin machen könnte. Habe ich die Samen denn? Mais, Pilz, Reis, Weizen. Kartoffeln, Kartoffeln, Kürbis, Soja, Pilz. Ich habe den Fahnen gar nicht. Hätte ich den haben müssen? Milz, Soja, Mais, Tomaten, Reis, Weizen, Kartoffeln, Kürbis, Samen. Eigentlich müsste der im Startpaket sein. Dann habt ihr mir das nicht gesagt, als ich die Sachen gespawnt habe. Wie war das nochmal? Dann kann ich mir jetzt auch so eine Pille sparen. Und das werde ich mir jetzt nicht den ganzen nächsten Stream anhören. Also eine Pille hatte ich ja auch mit drin. In dem Kit. So. Wie muss ich das nochmal machen? Also ich habe das jetzt ausgewählt. Und dann, wie war das nochmal? Nicht, der röchelt ja, wie ich, wenn ich 20 Kilometer auf dem Rad unterwegs war. F9, F11. Äh. Hier. So, F9. Das sind wieder 10 Stück gewonnen. Den Rest werden wir natürlich vernichten. So, gönn dir. Jetzt halt deine Schnauze. So. Ja, das sind alles da oben Sachen, die wir vernichten müssen. Noch. Die werde ich in irgendein dunkles Loch noch reinschmeißen. Ähm. So, und fahren. Was ist das jetzt? Dann. Ja, da. Dann sind das bestimmt die da. Seedback fern. Wo ist jetzt die Lebensanzeige hin? Welche Lebensanzeige? Du meinst das, das oben rechts? Das Ding, oder was? Abfalltank kritisch. Na, jetzt verstecke ich gleich schon wieder. Äh. Äh. So. Schließen, Helm. Nicht normal jetzt hier. Komm, jetzt achten wir mal auf unsere Gesundheit. Die ist weg. Ja, 100% Gesundheit. Genau. Ich habe jetzt eine Heilpille genommen, die ich mir jetzt gerade gespawnt habe, weil ich, äh... Ja. Meine, meine kompletten Anfangssachen halt weg sind. Deswegen habe ich dir jetzt eine Pille von meinem Spawn am Anfang nachgespawnt. Weil die weg ist. Genau wie die Samen. Ich hoffe, dass ich dann jetzt nichts... Was, 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 was? Kanister. Ach, komm schon! Oh Gott, ihm geht's wieder gut. Hallo, ihm geht's gut. Ihnen geht's gut. So, welche Gesundheitsanzeige eigentlich? Habe ich wirklich eine richtige Gesundheitsanzeige? Nein? Ähm. So. Meine Fresse nochmal, ey. Ich hatte kein Eisen hier drin. Gut, dass ich die Flasche weggeworfen habe. Meine Güte. Das ist auch eine anstrengende Folge. Und bin ich ganz ehrlich, sie war, sie war heute etwas anstrengender als sonst. So. Nichtsdestotrotz möchte ich mir jetzt nochmal eben den Logikprozessor angucken. Wer ja ein, laut Boomer, ein Ohr da drin haben soll. So. Logisches Tor. Logik, Mathematik. Vergleich. Logik auswählen. Ist das jetzt die Logik auswählen, vielleicht? Ich... Schauen wir mal. Ah ja, okay, so kann ich gar nichts dran machen Gut Dann müssen wir das wohl aufs nächste Mal verschieben Aber Im Hinblick auf meine Gesundheit Wäre es vielleicht gar nicht so doof Wenn wir uns nächstes Mal dann Vorzugsweise darum kümmern Vielleicht werden wir das hier nochmal schnell Nächstes Mal umbauen Indem wir einfach Es ist jetzt Zeit, dass wir ausschalten Es passieren zu viele Komische Sachen gerade Vielleicht werden wir das nächste Mal einfach umbauen Und gucken, ob wir es nicht erstmal Easy peasy über den Daylight Sensor machen könnten Ein Ohr wäre natürlich ganz geil Weil dann könnte ich es einerseits mit einem Schalter machen Dann könnte ich es andererseits mit einem Daylight Sensor machen Und die dritte Option wäre Einen Und mit einzubauen Für Bewegungssensor Zumindest in Kombination mit dem Daylight Sensor Wäre eine Option So, und wie weit ist das Moped jetzt hier? Alles fertig So Dann Machen wir dich jetzt aus Und das kriegen wir jetzt wieder raus Ist jetzt nicht so viel Ich weiß auch noch nicht, was da rauskommt Ich hoffe darauf, dass es wenigstens Barren sind Und ich das nicht nochmal wieder einschmelzen muss Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen, ihr Lieben Beziehungsweise ihr wisst das ja alle, ich nicht Einfach rauslassen und dann dieses Jahr Das machen wir beim nächsten Mal Ich will gerade nicht noch mehr Unsinn hier fabrizieren Meine lieben YouTube Zuschauer Vielen lieben Dank fürs Reinschauen Wenn es euch gefallen hat Einfach mal ein Like da lassen Kommentieren Und ja Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Macht's gut und Tschüssi Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge